So, wie versprochen, geht es direkt weiter mit dem unerforschten Torweg. Let's go! Da sind wir. Schon ein bisschen. Ja. Kleine? Ich bin dein Mann! Ich sag der Kleiner. Okay. Holzmaul. Und, äh, selbst eine Taube, äh, kann die Klappe halten. Wow, super schlagfertig. Mein lieber Mann. Da müsst ihr noch ein bisschen üben. Ähm, wo war die Truhe da hinten? Wie weit ist das? 400 Meter, wow. Mach's auf, wo du hinkriegst, Kleiner. Das Ding hat schon unzählige Mücken auf dem Gewissen. Mich kriegst du nicht. Nice, gefällt mir. Wie du so leichtfüßig durch die Luft wirbelst. Jagt deinen Gegnern sicher Angst ein. An die Leute, die sagen, ähm, es gibt nichts Neues. Also das finde ich mega cool. Oh mein Gott, was haben wir denn da? So, jetzt mal hier Checkpoint setzen. Okay. Wie komm ich da hoch? Nochmal. Und nochmal. Jetzt können wir rüber. Nice. Wir haben's. Oh mein Gott. Ich hab mich ein bisschen dumm angestellt. Aber irgendwie hat's geklappt. Komm, neue Waffe. Oh, neue Optik. Orient Express wieder hier. Pap. Chin, do, do. Let's fly. Sieht so cool aus. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Äh, okay. Rechts halten. Dann wird es schon. Und, nice. Let's go. Das wird hier spannend. Rechts halten. Ich wusste es. Egal. Oh mein Gott. Wie haben wir das geschafft? Wow, wir sind durch. Easy. Hätten wir auch im letzten Video machen können. Naja. Dann mache ich es so. Dass ich jetzt ein bisschen weiter loote. Erworben. Aschad des Himmels. Oder Achad. Je nachdem. Let's go. Easy. So, was wollte ich hier noch looten? Ich hatte doch irgendwas gesehen gehabt. Ah ja, genau. Hierhin wollten wir noch. Dann können wir noch die Truhe mitnehmen. Und dann sind wir eine Dusch. Also ich finde. Hätten die die Welt ein bisschen größer gemacht. Und, ähm. Vielleicht andere Gegner noch dazu. Dann wäre das ein eigenständiges Spiel. Spaß macht es auf jeden Fall. So, was erwartet uns hier? Oh. E-Beams. What the... Was passiert, wenn ich drauf schieße? Nix. Okay. Haben wir das schon erledigt? Nein. Okay. Lass mal schauen. Also ich glaube, die beiden Dinger müssen hier hoch. Aber die Frage ist, wie soll das funktionieren? Ah, ich weiß wie. Komm her, mein Lieber. Nein, nicht du. Der andere. Okay, du gehst mal ein bisschen in die Mitte so. Zack. So weit. Okay. Ich ziehe mich mal mit. Ah. Jetzt habe ich es verstanden. Okay, dann müssen wir hier switchen. Wupp. So, zack. Haben wir hier einen Schuss. Geht nicht, weil es blockiert wird. Jetzt geht's aber. Zack. Kannst aber wieder runter. Nice. Läuft. Guck mal her, mein Lieber. Guck mal her. Ich habe was für dich. So. Okay, aber das Problem ist... Ich brauche den Kackblock auch. Okay, wir müssen kurz mal überlegen. Ah, hier können wir auch noch durch. Naja, schauen wir mal. Guck mal her. Was passiert jetzt? Das schaffen wir definitiv nicht. So, haben wir dich. Was? Willst du mich verarschen? Komm jetzt her. Okay. Easy. Du nicht. Nein, wird blockiert. Die stellen wir an diese Seite hier. Und dann müsste es funktionieren. So, zack. Nice. Willst du mich verarschen? Komm mal mit. Komm mal mit. Ich habe was für dich. Oh. Hey, mit der Tue. Neue Ausrüstung. Wiederhall des Kampfscheiß. Schauen wir mal. 60% Betäubung. Perfekter Parade. Was haben wir jetzt? Zwei Gesundheitswerte. Ne, das behalten wir noch. Bis wir ein bisschen mehr Leben haben. So, das nehmen wir noch mit. Hä, wo ist das? Ah, da. Hello. Chian. So, weiter geht's. Absolute Markierung. Und, dann sind wir erstmal durch. Oh mein Gott. Ist das nur vor? Ist die Truhe unten? Yes. Muss ich gegen die kämpfen? Oder kann ich einfach so straight durch? Ne, ich muss kämpfen. Oh, das ist giftig. Wieso sagt mir niemand etwas? Ausdeuernachladen. Was willst denn du? Oh, weg. Weg mit dir. Nice. So. Wir sind durch. Dann bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.